Der MBA der Sporthilfe in Kooperation mit der FH Burgenland ist für uns Sportler der maximal flexibelste Studienlehrgang, den ich kenne. Wir sind sehr viel unterwegs, ich persönlich sitze sehr viel in einem Flugzeug. Ich habe den Online Campus immer mit, kann lernen, wann es mir passt, wenn es mir reinpasst und viel flexibler und mit weniger Präsenzphasen geht es eigentlich nicht mehr. Darum ist es perfekt für mich. Worauf ich mich ganz besonders freue, ist, dass wir uns mit digitalen Kommunikationsstrategien ganz stark auseinandersetzen werden. Ich glaube nämlich, dass das im Jahr 2017 etwas ganz Wichtiges ist und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass erfolgreiche Unternehmer aus der Wirtschaft uns all diese Dinge näher bringen werden. Musik dass ich es wirklich flexibel studieren kann. Und genau das brauche ich, weil ich bin ständig unterwegs und das ist wahrscheinlich genauso wie bei jedem Fulltime-Beschäftigten. In Zusammenarbeit mit der FH Burgenland wird uns Sportlern die Möglichkeit geboten, ortsunabhängig Fähigkeiten zu erlernen, die uns oft im Alltag bzw. im wirtschaftlichen eigenständigen Handeln fehlen und die uns dann befähigen werden und unterstützen werden, in Zukunft auch nach dem Sport eine Perspektive zu haben für die Wirtschaft. Spitzensport ist leider kein Lifetime-Job und dafür ist es umso wichtiger, dass man schon früh und später denkt und natürlich die Karriere danach immer im Hinterkopf hat. Ich glaube einfach, dass der NBA die beste Voraussetzung bildet, später einen Job zu finden, der einem wirklich Spaß macht, für den man genauso brennt wie für den Spitzensport und der war einfach auf alles vorbereitet. stetsport und die brennt ab YouTube. In Zusammenarbeit mit dem